Also eine andere Frage, warum willst du fort von mir, von heute auf morgen? Zum Percy will ich, und nicht von heute auf morgen, sondern im Herbst dann, mit dem Percy zusammen. Ja ja, sonst wär's zu auffallen, was? Was wär auffallen? Ja, ich seh aus, wär die Flucht. Vor dir? Ach, das hab ich wohl nicht notwendig. Wir sind weit genug voneinander, auch hier. Sagen wir's, ist es Ihnen noch nicht aufgefallen, wie viel es zugleich in uns Raum hat? Liebe und Betrug, Treue und Treulosigkeit, Anbetung für die eine, ach, und ein Verlangen nach der anderen. Tod ist er. Friedrich, treib's nicht zu weit, hier hört der Hohl auf. Ja, er ist tot, ich kann's nicht ändern, Genia. Du hast ihn umgebracht und seiner Mutter die Hand gegeben. Nee, ich hab doch nicht gewusst, dass sie hier ist, was soll ich... Mörder! Nein! Warum? Ja, ich hab doch nicht gehört. Ja, ich hab doch nicht gehört. Vielen Dank.